ja habe ich naja gut falsch naja dann machen wir gehen wir zum nächsten punkt oder auch nicht ich noch erst mal den baum hier bau betreten so jetzt muss ich hier wieder diese pusteln zerstören warte mal ich will mal jetzt was probieren und zwar jetzt konnte ich das nicht sehen so nochmal los vielleicht nochmal so den würde ich jetzt gerne zerstören hier weil der gibt ja dna punkte erfahrungspunkte die kann ich mir eine elfer entgehen lassen bämm na was macht er denn hier so den muss ich dann noch töten ach so ok also nur noch die übrig gebliebenen die ordnerin immer meine dna-bombe ist hier noch einer so dann mach ich mal na komm her die machen spaß die dna-bomben so jetzt kann ich ja probieren ob das geht ja das doch das das ist der divertor oder wie auch immer der heißt ach in die nächste kammer da ist sie weg hier so eine dna-bombe habe ich ach ja bämm schenk so beeindruckt schön gemacht nein 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 nicht mit mir ups hier fahr ich brauche auf jeden fall wieder die extra erfahrungspunkte hier nicht man ein mensch du freak alter was macht er denn warm alter mal her da eine dna bombe ein schlag oder und sogar die dna absorbiert bau vollständig auch es war der zweite bau sogar hier das heißt ich krieg eine mutation das freut mich station alarm fortbewegung mal gucken sprung fehler haben wir schon sprinter ok ok ich nehme das so jetzt kann ich schöne lange gleit flüge machen hier schon unterschied würde ich sagen und da ist auch schon das nächste die nächste story ausgabe so 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 so